Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und auch einen wunderschönen Start in das Wochenende. Ja, Bitcoin bei 23.100 US-Dollar. Wir haben unseren Stunden-Close unter 23.500 US-Dollar bekommen. Das war bearish. Direkt daran haben wir aber ein wichtiges Level getroffen, welches das war. Das schauen wir uns im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt, hier nichts mehr zu verpassen, irgendwelche Updates oder Trades, dann kommt da gerne rein. Gestern auch wieder ein kleines Update reingepostet. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit. Wie gesagt, momentan traden wir bei Bitcoin bei 23.100 US-Dollar. Und ihr seht schon, unser FIP-Level, das Golden Pocket, wurde perfekt auf den Dollar genau erst einmal gehittet. Wir sind jetzt gerade auf dem 4-Stunden-Chart. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart an, weil ich hier ein bisschen aufs Volumen eingehen möchte. Und zwar, wir hatten ja unseren Stunden-Close, haben wir ja gestern darüber gesprochen, sollten wir hier unter diesen 23.500 US-Dollar in Stunden-Close sehen, ist das erster Mal bearish und der nächste Step wäre das Golden Pocket. Wir haben dann kurz vorher erst schon mal Halt gemacht. Da habe ich dann schon ein bisschen gezittert. Okay, 22.945, warum holt er sich nicht das Golden Pocket? Hat natürlich einerseits hier mit diesem letzten Hoch zu tun, trotzdem nicht, sag ich mal, verloren. Wir sind dann wirklich noch ins Golden Pocket reingekommen. Long Order wurde erst einmal abgeholt. Momentan relativ enger Stop-Loss hier bei 22.619 US-Dollar. Das heißt, momentan ist mir das Risiko noch ein bisschen zu hoch, weil ich immer noch davon ausgehe, dass wir noch mal tiefer fallen könnten. Denn der Bounce hier am Golden Pocket war noch nicht wirklich überdimensional hoch. Wir haben unser 7-E-Gap jetzt auch in dem Bereich der 23.000 US-Dollar. Also das heißt, wir haben hier momentan sehr, sehr hohes Risiko, dass dieser Trade wieder ausgestoppt werden könnte. Trotzdem, Golden Pocket ist einfach dafür da. Und wenn wir das testen, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir zumindest den Trend, den wir vorher hatten, also den Abtrend, der immer noch vorliegt, immer noch weiter fortsetzen könnten. Wir haben keine Bullish Divergence, das stört mich auch so ein bisschen daran. Aber gut, vielleicht kann man nicht alles haben. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, schauen uns das Ganze mal von oben an. Also momentan spielt, sage ich mal, dieses Fractal, wo wir gestern drüber gesprochen haben, sehr, sehr gut aus. Dass wir hier einfach noch mal runtergegangen sind in diesem Bereich. Klar, man kann es jetzt ein bisschen länger ziehen, man kann es ein bisschen kürzer ziehen. Ihr wisst aber auf jeden Fall, was ich meine oder wie ich das Fractal angelegt habe. Also momentan passt es sehr, sehr gut. Nach diesem müsste es noch mal hochgehen, zumindest in dem Bereich der 25.500 US-Dollar oder 26.600, ganz genau auf den Dollar, kann dieses Fractal natürlich nicht ausspielen. Aber das würde ich auf jeden Fall weiter mal im Blick behalten. Aber auf jeden Fall, auf dem Daily-Time-Frame haben wir, wie gesagt, noch unseren Trend vorliegen. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Mit den, sage ich mal, Schluss-Candles hier langgezogen, hätten wir sogar noch Puffer bis 21.900 US-Dollar. Und das ist so die zweite Long-Option, die ich momentan sehe. Deswegen habe ich hier erstmal den Stop-Loss relativ eng. Aber solange wir hier nicht runterkommen. Und ich sehe ehrlich gesagt die 21.900 oder 22.000 US-Dollar momentan sogar ein Stück wahrscheinlicher, weil wir einfach auf dem Daily-Time-Frame immer noch diese große Barrage-Divergence haben. Wir haben noch Luft nach unten. Es wäre aber, wie gesagt, auch kein endgültiger Trendbruch oder sonstiges, weil wir hier unten eben noch genug Support haben. Da blicken wir jetzt noch mal ganz kurz. Vier-Stunden-Time-Frame, was ich hier noch mal drauf anspielen wollte. Wie gesagt, wir haben hier unten ziemlich guten Support an diesem Up-Trend-Moment. Man sieht es auch auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Hier diese Closets passen auch sehr, sehr gut überein. Trotzdem, kurzfristig kann ich mir eben übers Wochenende jetzt erstmal diese Erholung vorstellen. Zumindest bis in den Bereich der 23.800 US-Dollar. Hier oben haben wir eine 4-Stunden-Supply. Hier oben haben wir eine Ineffizienz, die es noch zu füllen gibt. Das heißt, sollte dieser Bereich um das Golden Pocket das erste Mal halten. Von mir aus können wir auch nochmal bis zum 0,65er bei 22.700 US-Dollar gehen. Habe ich auch kein Problem mit. Aber dann zumindest hier hoch, hier oben werde ich dann zumindest 30-50% der Position auf jeden Fall wieder schließen. Einfach um das Ganze mal wieder ein bisschen abzuwarten. Weil hier oben könnte dann im Endeffekt das Gleiche passieren, was wir auch da oben schon an gewisser Stelle hatten. Dass wir einfach wieder nur ein tieferes Hoch kriegen. Der Abwärtstrend sich fortsetzt. Und wir dann wirklich nochmal das letzte Leg-Up nach unten hinkriegen. Bis, ich sage jetzt mal 22.000 US-Dollar, 21.800 US-Dollar. Diese Range auf jeden Fall im Blick behalten. Wir könnten natürlich drunter wicken. Wichtig ist, dass wir auf Daily-Sicht nicht unter 21.900 oder 22.000 US-Dollar runterfallen. Aber das ist momentan alles noch möglich. Wir könnten so sagen, wer mit Elliott-Wellen irgendwas zu tun hat, erster Push nach unten, zweiter Push nach unten. Und das war jetzt vielleicht schon der dritte. Je nachdem, wie man diesen Push hier oben dann wertet. Das muss man sich ein bisschen genauer angucken. Ich habe davon keinen Plan. Aber auch nach dieser normalen, ich sage jetzt mal Traders-Reality-Strategie, passt das schon sehr gut. Entweder, dass wir es hier im Boden haben, nochmal hochgehen. Oder zumindest nochmal die 22.000 US-Dollar ankratzen. Das ist aber dann unser letzter Support, bevor wir dann wirklich in Richtung 18.000 oder 19.000 US-Dollar nochmal abverkauft werden könnten. Aber so lange ist dieses Szenario noch im Play, dass wir zumindest die 25.926 bis 26.6 auf jeden Fall nochmal sehen. Aber ich sehe momentan ganz ehrlich ein bisschen mehr die Wahrscheinlichkeit, auch wenn ich momentan long sind, dass wir nochmal hier in Richtung 22.000 runtergehen. Wir müssen auch noch dazu sagen, unsere zweite Long-Position von hier unten 21.700 US-Dollar läuft auch noch minimal im Profit. Ich lasse die jetzt aber momentan mal ziemlich hier bei 21.800 mit einem Stop-Loss. Einfach, dass wir hier die Möglichkeit haben, diese ältere Long nochmal möglicherweise aufzustocken in diesem Bereich und nicht nochmal eine neue aufzumachen. Aber das, wie gesagt, werde ich dann in der Telegram-Gruppe nochmal genauere Updates dann geben. Gut, dann blicken wir rüber zu Ethereum. Irgendwie hat er die Charts heute ein bisschen gelöscht. Wir blicken mal ganz kurz, wie es hier aussieht von unserem Golden Pocket. Hier bin ich ganz ehrlich, muss ich auch sagen, bin ich minimal long gegangen. Aber das war sehr, sehr risky, weil wir hier eben nicht das Golden Pocket erreicht haben bei 1.570. Ich glaube, ich bin hier bei 1.580. Also ein bisschen hinterher gehuscht hier. Ah, jetzt lässt es doch. Okay, vergiss es. Machen wir mal das Golden Pocket ganz kurz weg. So, ja. Auf jeden Fall hier auch erstmal long. Bin ich aber mittlerweile Stop-Loss-Entry, weil ich mich ganz ehrlich hier erst unten größer positionieren will in dem Bereich der 1.570 US-Dollar. Aber, wie gesagt, wir blicken mal ganz kurz auf den Stunden-Timeframe. Schauen uns das auch nochmal ganz kurz an. Hier oben die 1-Stunden-Supply-Zone mit der Ineffizienz, die hier kurz darunter ist. Also dieser Bereich wäre jetzt das erste Mal kurzfristige Ziel. 1.629 bis maximal 1.641 sehe ich hier kurzfristig zumindest kommen, dass wir in diesem Bereich vorstoßen und dann möglicherweise nochmal ins Golden Pocket abverkauft werden. Also das heißt, die Struktur ist im Endeffekt ziemlich gleich, wie wir sie hier bei Bitcoin haben. Trotzdem, ich würde ersten Take-Profit bei 1.620, also an diesem Week nehmen. Den zweiten Take-Profit dann hier oben bei den 1.630 bis 1.640 irgendwo da oben in die Region. Und dann sogar gegebenenfalls nochmal eine Short als Hedge-Position aufmachen, die uns dann zumindest in das Golden Pocket hier unten reinbringt. Aber wie gesagt, immer mal ein bisschen Bitcoin im Auge behalten. Mich hat es ein bisschen geärgert, deswegen bin ich hier hinterher gesprungen, dass wir eben hier nicht genau ins Golden Pocket reingekommen sind bei Ethereum. Kann aber wie gesagt alles noch kommen. Wir haben Wochenende weniger Volatilität bzw. weniger Volumen. Volatilität, ob das ein bisschen weniger ist, wird sich dann zeigen. Aber jetzt erstmal hier der erste Step und ich finde, wenn wir jetzt nochmal auf diese Wellendinge da zurückkommen. Erste Welle, zweite Welle und dann nochmal so diese dritte Welle ins Golden Pocket passt hier ein bisschen besser als bei Bitcoin. Aber ihr wisst ungefähr, was ich meine. Golden Pocket ist bei Ethereum auf jeden Fall noch im Play und bei Bitcoin das 0.65 oder sogar die 22.000 US-Dollar. Gut, das war jetzt einfach mal ganz kurz zusammengefasst. Schauen wir noch ganz kurz auf die News. Edge Wallet, 2.000 private Keys gestohlen. Also wenn ihr hier eine Edge Wallet habt oder sonstiges, schaut da bitte mal, ob eure Keys oder sonstiges irgendwas gestohlen wurden. Ja, passiert immer mal wieder. Trotzdem sollte es nicht vorkommen. Gut, ansonsten die aktuellsten News findet ihr natürlich in der Telegram-Gruppe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Like da lassen, Abo da lassen. Wer Bock hat, Obios Pre-Sale nochmal abzuchecken, schaut auch hier irgendwo rechts dann wahrscheinlich über mir das Video gerne an. Ansonsten hören wir uns später nochmal zum Wochenausblick wieder. Schauen auf die neue Woche und da war es das von meiner Seite. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay crypto.